So, hallo und herzlich willkommen zurück bei dem dritten Versuch, ein kleines Let's Play zu Heroes of the Storm 2 aufzunehmen. Eine schwere Geburt bei uns. Ja, einmal ist die Kamera runtergefallen, einmal haben wir die Aufnahme nicht gestartet, dann war der Sound zu leise. Alles, so, wir haben einmal sogar gewonnen, das war nämlich ein gutes Spiel, das hätte ich gerne reinbekommen, da war der Sound, aber leider zu leise. Wir spielen jetzt heute mal mit Lilly als Heilerin, wir spielen heute mit Lilly als Heilerin und mal sehen wie es wird, wir geben unser Bestes. Wir hatten ja letztes Mal nach Sibu als Spezialist, ein Spezialist, Fernkämpfer und Spezialist und jetzt ein Unterstützer und als Heiler, auch im Fernkampf, aber Kampf ist bei Lilly sehr unrelevant. Wenn euch die Kamera nochmal umfällt, dann gibt es halt kein Video, was ihr nicht seht, weil es dann kein Video gibt. Ja. Also warum habe ich das jetzt gesagt? Einfach, dass es mal gesagt ist, dass ich das weiß. Oh, hier unten im Chat, hallo, suche eine Freundin. Oh, interessant. Viel Spaß. Möchte ich mal zurück? Oh, hallo, ich bin eine Freundin. Hallo. Ich bin deine Freundin. Ja, die Community hier ist, ja, ich weiß auch nicht. Erfrischend. Manchmal sehr schnell, ja, unhöflich. Ich suche eine Freundin, der sucht ja auch eine Freundin. Wie viele Freundinnen sucht ihr denn? Ach, 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 auch ihr. Immer ihr, der Ghost Dragon und der Set. Lustig wäre es, wenn einer schreiben würde, hallo, ich suche eine Freundin. Schreit runter, du Arsch, jetzt suche ich einen neuen Freund. Und das Spiel ist bereit. Eine interessante Truppe, die da zusammengewürfelt ist. Johanna hier, die Kreuzritterin, erinnert mich immer wieder daran, dass ich mir jetzt auch langsam mal, wir waren die nicht voll in unserem Team. Ne, das ist eine gegnerische Lili, die da noch ist. Ach, tatsächlich, das ist unser Team. Erinnert mich immer wieder daran, dass ich mir mal Reaper of Souls für Dark Souls, Dark Souls, nicht gefunden, Diablo 3, nicht Dark Souls. Oh Gott. Was habe ich getan? Nein, Johanna erinnert mich immer dran. Leoric gespielt von Swagmeister. Der Swagmeister. Oh, das ist ein Deutscher, ist ja schön. Also letztes Mal hatten wir so einen kleinen Akku, Russen, der hat uns erst immer auf schlechtem Englisch beleidigt und dann irgendwann nur noch russische Wörter in Kyrillisch und alles reingeschrieben. Da ist dann auch keiner mehr mitgekommen. Jetzt hat ihm auch keiner geantwortet, was ich gut finde. Ich gehe natürlich immer davon aus, dass man die Landessprache beherrscht. Er hat ja erst Englisch geschrieben, aber wahrscheinlich hat er gedacht, oh, guck mal, das sind alles Russen, ich verstehe nur kein Englisch, das ist alles. So, mal gucken, wem folgen wir jetzt? Ach, ist schon ein Lüftchen jetzt langsam. Ja, ist schon ein Lüftchen. So, bewegt euch mal, wo geht's denn hin? Ja, da, wo die meisten Leute sind, heile. Ja, deswegen sollen die mal irgendeine Richtung suchen, wo sie hinwollen. Also, es ist uninteressant, wenn ich vorbreche, weil ich bin die Nachhut sozusagen. Ja, klar. Aber ich guck mal, hier oben formieren sich zwei. So, ich bleib jetzt oben, auch wenn der eine wieder runterrennt, das haben wir nämlich fast jedes Mal, dass einer wieder meint, der muss jetzt nochmal runterrennen. Ja, weih, ja. Johanna möchte diese Mauer verteidigen. Ja, glaubst, bitte. Möchte ich diese Mauer schon verteidigen? Warum? Ist da was? Nö, kann ja noch gar nichts sein. Na, die rennt ja jetzt ganz woanders. Ja, die soll rennen. Das ist mir jetzt egal. Ja. Ich hab mich jetzt auf dem Herrn hier... Du kannst ja nicht überall sein, auch wenn's den Leuten recht wäre. Ja. Boah, ich bin ja auch nur ein... Und schon geht's los. Schnapp'n euch. Jetzt schnapp'n euch. Jetzt schnapp'n euch. Jetzt schnapp'n euch. Jetzt schnapp'n euch. Beweg' dich doch. Verdammt, ich dachte, mein Kollege, ich hilf mir jetzt. Los. Steht der da jetzt blöd rum, oder so? Ja, keine Ahnung. Komm. Woher fahrt's? Ach, komm. Okay. Sehr passiver Spiele. Egal. Vielleicht hat er nur auf den richtigen Moment gewartet und wir haben's ihm grad voll vermasselt. Vom PC eingeliegt, der ist so. Ja, ganz bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, also mit... Wir werfen hier immer so kleine Zaubertränke, wie ihr seht, sehen aus wie Teetassen. Passend zum Format. Der macht nichts. Der braucht ganz besonders viel Schutz von mir. Was denkt er sich eigentlich, wer er ist? Ist er der Heiler, oder was hat er denn für eine Vorstellung? Ich weiß es grad gar nicht. Tyrael bittet um Unterstützung. Tempel aktiv in 10 Sekunden. Ja, was ist jetzt interessant, ihn zu unterstützen, oder... ...jetzt hier den unangegriffen Tempel zu verteidigen? Wenn du allein bist, musst du den Tempel, glaub ich, nicht lang halten. Ja, aber ich, ich, wie gesagt... Noch kommt niemand da. Der Tempel ist jetzt auf meiner Seite. Ach nein, ich muss den Typ besiegen, dass er... Ist aber groß. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, war dumm. Also, wie man sieht, es gibt ja auch sehr wehrhafte Tempel. Also da unten geht ganz schön die Post ab bei dem Tempel. Naja, dann ist es auf jeden Fall fragwürdig, warum ich nicht da bin. Das ist interessant, hier. Tempel einlebt. So. Jetzt weiß ich aber nicht, warum. Johanna hat Lilly getötet. Aber die Feindliche. Die trägt dieselben Klamotten wie ich. Das ist jede Lasse. Ach, wieder unser passiver Kollege. Wach halt auf, mach mal was, komm. Weißt du mal einen Arsch auf. Also, mit der Drücke. Mal schauen, welcher Blumentopf sich dann gewinnen lässt. Und wer gibt uns diesen Blumentopf? Die erste Mauer ist schon weg. Haben die sich auf die erste... Wir hätten die erste Mauer echt verteidigen müssen. Ja, wäre nicht so verkehrt. Äh, wir wollten es nicht hören. Wir wollten es doch alle nicht hören. Weder dein Talent. Äh, ich hab den Ding eigentlich schon mal gespielt, den Modus. Aber irgendwie kommt der mir gerade so fremd vor. Ich sag mir jetzt auch irgendwie nicht wirklich was. Nein, ich hab ihn tatsächlich schon mal gespielt. So, Johanna, kriegst du's. Jetzt gehen wir mal hoch zu wem auch immer, der da... Oh. Da oben ist ein Tempel in die Feindlichste. Oh, gefallen sich. Schieft schon fleißig auf deine... Ja. ...Ist die Ländereien. Ich hoffe nur, dass oben keiner ist. Natürlich. So, ja, klar. Leute, wo seid ihr? Wo ist euer... Ach Gott. Wo ist euer Kampfgeist hier? Ich weiß doch alles nicht. Also, wir blamieren uns hier gerade nur ein bisschen mehr als das letzte Mal. Was auch nur ein bisschen mehr in Rückschritte. Nein. Vielleicht geht's ja noch sehr gut auszuspielen. Kann man ja jetzt noch gar nicht sagen. Kann auch so viel passieren. Kann nur schätzen, ne? So, wer bekommt jetzt mal einen Unterstützungstracht? Was wir hier leider nicht haben, ist ein großer Kolost, der für uns schon die Drecksarbeit macht. Das ist immer genossen. Hane Siebo, den mochte ich sehr. Ja, zurzeit kann man den nicht spielen. Leider, den muss man kaufen für 8.000. Aber ich habe erst 6.000 Münzen. Und, ähm, ja, es dauert noch bis. Ich glaube, das ist böse, das jetzt zu unterstellen. Oder so. Aber, äh, es ist ein bisschen, äh, schon so gestellt, dass die wenigsten Leute Lust haben, die Münzen zu suchen. Und, äh, die Münzen zu verdienen nicht suchen, wir suchen die ja nicht. Das ist ja eigentlich ein Borussia-Eil-Such oder so. Oh, Gott, das will. Der ist aber fast abgehauen. Wenn ich jetzt erzähle, dass es, ähm, Zeiten gab, wo ich als Heiler überhaupt nicht gestorben bin, das glaubt mir bestimmt keiner. Es gab Spiele, wo ich als Heiler überhaupt nicht gestorben bin. Hm, und trotzdem sehr aktiv, also nicht, dass du gut geheilt einfach hinterland rumgetanzt bist. So, ho, 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 ho. Dann schauen wir nochmal oben, wie es bei dem Kollege da läuft. Ah ja, hier, bitteschön. Ach, ja. Den Spiele... Ach, das ist aber gutervoll. Limbo. Der, äh, die alte Schachtel. Hm, 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 hm. Ach, Gott, ich spiele fünf Minuten, die sind schon gleich drin, also, das sieht aber nicht gut aus. Hier, fürs Scheiß. Na, fürs Scheiß. Ach, wie ist... Gibt's denn sowas? Also, es wäre jetzt am besten, äh, also, am einfachsten, wenn wir jetzt sagen, das Team ist scheiße. Oder? Das ist, naja, sagen wir so, wir sind ein Team und wir hängen auch zusammen drin. Ich bin jetzt nicht nett, wenn ich mir vorhin unseren Kollegen mit der Gitarre angesehen hab, den ETC, oder wie der heißt, äh, der, ja, wir nicht viel beigetragen haben. Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt nichts, äh, Negatives sagen. Aber, allein meine Schuld ist es nett, denke ich nicht. Nee, du bist schon scheiße. Nicht die Mauer, macht doch immer... Zerfetzt sie, dränkt den Boden mit ihrem Blut. Das ist richtig, denn, das ist ein... Das ist ein nicht schönes Spiel, aber egal. Ähm, was ich in der letzten Aufnahme mal gesagt hatte... Ah, äh, greifen sie schon wieder die unteren Türme an, mit ihrem Tempel. Ich dachte, du kannst nicht mehr hören, was ich sag. Äh, sprich nur, sprich nur. Nee, nee, äh, in der letzten Aufnahme hatte ich angedeutet, nicht angedeutet, ich hatte es wirklich gesagt, dass, ähm, dass wir ja selbst noch ein bisschen so, äh, im unteren Segment der MOBA-Skills uns befinden. Bedeutet, äh, im Fachjargon würde uns, würde man uns als Noobs bezeichnen. Dementsprechend habe ich mir überlegt, ob man zusammen vielleicht ein klein, ähm, ein kleines Format aufnimmt, äh, ein Tutorial, wie man richtig MOBA spielt, wo wir zusammen die Grundlagen durchgehen und die Grundlagen erarbeiten und ausprobieren und sonst mal testen, wie weit wir damit kommen. Vielleicht sind wir auch nur gute Negativbeispiele. Auch das muss gemacht werden. Aber auch das hilft, ja. Auch das muss gemacht werden. Ähm, für das Hero of the Storm-Format sind momentan fünf Videos angesetzt, dass es eine schöne Zahl ergibt. Und dann, wenn das Interesse halbwegs da ist, dann machen wir vielleicht noch ein bisschen was. Wird jetzt nicht das Format sein, das die meisten Leute interessiert, da wäre ja, ähm, schließlich, das ist ja halt so ein Spiel, da ist keine große Story, da kann man nicht viel zu erzählen. Das ist halt, das ist, obwohl es gucken viele Leute auf Twitch, also vielleicht ist es auch beliebt, ich kann es gar nicht einschätzen, muss ich sagen, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie das ankommt. Und unser anderes Video wurde ja schon ein paar Mal geklickt, worauf ich sehr stolz bin und wenn es halt nicht mehr geklickt wird, ist das auch in Ordnung. Wir arbeiten natürlich auch für eine kleine Community. So, wir gehen mal wieder zurück und nehmen wir gleich den Ruhestein, oder? Was soll's. Wir heilen uns an der Zitadelle. Wir haben nämlich einen kleinen Bereich hier hinten, den sind wir komplett sicher. und hier heilen wir unsere Mana-Punkte, unsere Lebenspunkte und deswegen der Ruhestein für die kurze Ruhepause. So, oh, oh, oh. Oh Gott. Quällt mir gar nicht, wie sich das entwickelt. Also die letzten Spiele waren besser. Selbst das, wo der kleine Russe sich immer so wichtig gemacht hat. Weiß nicht, ob er Kleines ist. Vielleicht ist es ein großer Berg, aber das kann mir fast nicht vorstellen. Jetzt rennen sie alle auf die 5 Minions. Nö. Da seid ihr wieder groß. Ich bin ja nicht besser. Ich bin ja auch dabei. Immer auf die Kleinen. Wo sie sich, ich sag mal so, die Kollegen verhalten sich ganz in Ordnung. Aber was die andere Lili kann, kann ich auch. Nämlich die andere Lili nur gut und besser. Die Krüge sind leer. Das war der Krug der 1000 Schlucke. Dem das kleine Feld, das vor uns umkreist wird, geheilt wird. Gut. Von Jaina getötet. Ebenfalls eine Figur aus World of Warcraft. Wenn ich mal was weiß, dann muss ich das auch dazu sagen. Das sei dir, Feckel. Ich habe einen trockenen Hals. Ich muss ein Schlückchen trinken. Einen tausend Schlucke. Du Ferkel. So, wir haben ein neues Talent. Gut zu Fuß. Wir sind natürlich ein kleines Pandaren-Mädchen immer gut zu Fuß. Aber auch hoch zu Ross. Ja, in der Tat. Du nimmst mir die Worte aus dem Munde. Nein, er muss es denn tun. Nein, von allein kommen sie ja nicht raus. Oh, Fall. Oh, Fall. Okay, mit einem zusammen würde ich es machen. Dann probiere ich es. Ja. Könnte ganz hilfreich sein. Weil irgendwie ist es doch nicht so gut. Na doch, läuft. Läuft, ja. Okay, eine Hälfte ist noch. Sit, bruh. Da ist der Zweckmeister. Ja, der Zweckmeister. Zweck steht immer weg. Den Namen müsste man verbieten. So war das nicht gedacht, dass ihr mich jetzt hier allein lässt. Oh, wobei du es auch hinkriegst. Nein, kriege ich es nicht. Ich habe nur noch halbe Lebe. Jetzt. Jetzt. Geht hier die Sonne auf. Ganz allein gemacht. Oh, die laufen. Eine recht günstige Route sogar. Also. Ich sage mal, so momentan ist jede Route günstig, weil wir fast jeden Turm weggerissen haben. Ja, in der Mitte ist halt noch mal da. Das war keiner mehr. Bei uns. Also, bis auf die Äußerung. Wenn du uns ansprichst, fällt mir das dann auf. Das ist alles nicht so. Ziemlich blattes Land. Ach, was mache ich denn hier oben? Ich muss doch runter. Weißt du, ich habe so gute Runs als Heiler. Und jetzt mache ich nur so Mist. Es ist doch schrecklich. Das Schlimmste ist, dass die Guten keiner gesehen hat. Ja genau. Wer glaubt der jetzt keiner? Die Guten sind nicht mal aufgenommen auf der Festplatte oder so. Die sind einfach nur verschwunden. Das kauft dir jetzt halt keiner. Ich kann natürlich für dich bürgen, was ich mit Freuden mache, aber wer weiß, was man auf mein Wort so gibt. Ja genau, wer vertraut dir schon. Du bist ja irgendwo befangen in der Sache. Wie man im Juristen Deutsch so schön sagt. Du bist da so ein bisschen besser. Du hängst ja mit drin. Vielleicht Betrug, wer weiß das schon. Werdet ihr es herausfinden. Du wirst wahrscheinlich nicht. Das Einfachste ist uns einfach zu misstrauen. Damit liegt man immer richtig. Aber damit trägt man nur Hass im Herzen. Tief wird uns. Misstrauen und Missgunst sind alles sehr... Die Schlacht gibt noch keine Viertelstücke. Ich sag mal so. Die meisten gehen eh nur so 20 Minuten. Also 5 halten wir uns noch. Minuten. Ja bestimmt. Das war damals die Schlacht von Killy Cranky in Schottland. Die ging glaube ich eine halbe Stunde oder was. Lief aber sehr heftig ab. Kurz aber heftig. Das war alles mit dem Hügel, ne? Wo sie die Steine und Stämme und alles runtergeschmissen haben. Wollen wir ganz kurz drauf eingehen? Hm? Schlacht von Killy Cranky. Ich wüsste nicht mehr viel zu sagen. Ja, die Angreifer kamen unten am Hügel. Oder ich sag mal die Verteidiger standen oben am Hügel und haben halt Steine und Baumstämme runtergeschmissen. Was ja auch eine schottische Sportart ist. Island Games, falls das jemandem was sagt. Und ja, so ist die Schlacht halt eine halbe Stunde vorbei gewesen. Ja. Wo man sich heute, also ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, wenn man sich denkt, was hatten die Verrüstung, was hatten die Verschwerte, wie lange willst du dem Ding rumrennen? Äh, das ist ja irgendwann mal anstrengend. Ja, klar. Das war noch was ganz anderes früher. Kriegsführung und alles. Das war sowas von heftig. Nicht, dass ich jetzt sage, äh, der heutige Krieg ist was für Mimosen. Das ist beim besten Willen nicht, aber das ist ein ganz anderes Ding. Ja, da gab's auch keine Heile. Keine richtig guten Heile. Keine, der die Tränke aufs Feld geschmissen hat. Da sind wir ein paar Steine und Stöcke abgekommen. So, da darf ich mitten ins Gefecht jetzt rein. Ignoriere die da unten. In der Mitte geht's zu. Deswegen habe ich den Swagmeister da oben mal gesagt. Dann meine ich nicht den hier, sondern den da unten. Dann habe ich mal gesagt, dass er sich mal hier hoch dran dreht. Guck, ah, hier sieht man wieder, so macht man das. Der Heiler haut da viel raus. Der Heiler macht den Unterschied. So ein paar tausend Schlücke und dann geht's wieder jedem gut und dann ist alles wieder im Lot. So was finde ich gut. So, es sieht doch sogar sehr ausgeglichen aus mittlerweile. Jein, ja doch. Was hier, jein. Jein. Ja, es stimmt schon so. Es sieht recht ausgeglichen aus. Aber nicht, dass ihr den Sieg in der Tasche habt. Das will ich da. Die haben einen Vorteil, weil sie schon früher so weit waren. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Vorteil ist. Aber komm, werf deine Tränke rein. Wer es dir ausfällt, so ist es. Wirf, als hättest du noch nie was anderes genommen. Wirf als Fernskanal. Sechs Sekunden haben wir unsere tausend Schlücke wieder, das ist gut. Sowas finde ich's gut. Heilen. Wir können doch mal angreifen, Leute, wenn ihr euch alle reinstellt. Ne, Ruhestellen, alle Ruhestellen. Warum denn Ruhestellen? Ja, ich hab mich doch alle abgehauen, bevor hast du das gemerkt. Gibt's doch nett. Der Wetter war süß. Super, aber jetzt mach ich das mit dem ihr hier allein, oder was? Nur zur Info, man kann den Heidelstein auch abbrechen, wenn man wollen würde. Aber die Herren und Damen wollten wohl nicht. Jetzt gehen die alle nach oben und nach unten, aber ihr könnt doch mitten durch, dann seid ihr... Schön bei uns. Ach, die Tempel sind wieder aktiv, die nehmen Tempelstellung ein. Ja, das lass ich mir jetzt auch nochmal abgeben. Aber praktisch wär's trotzdem gewesen, wenn wir mal den Turm weghelfen. Also einen Tadel gibt es trotzdem. Der Turm wird jetzt auch ordnungsgemäß angegriffen, zugegebenerweise, aber... Das ist vielleicht doch kein Tadel mehr. Töten! So, Wähler, ein Talent. Krug der Tausendschlücke. Ab und zu hängt das Bild, das hängt am Internet des Hosts und nicht an uns. Das geht so aus. Jetzt haben wir noch einen einzigen Turm, der noch befeuert. Ring, 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 ring. Das war's. Das sind schon 60 Sekunden vom Zweckmeister. Jetzt sind wir eine Minute außer Gefecht gesetzt. Wollen wir nebenbei eine Runde Schach spielen, oder? Ja, ja, klar. Aber dann hat er das Bett aufgestellt. Ach, klar. Ach, jetzt. Gibt euch über Mühe. Hm, 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 hm. Reifen wir uns grad an. Ja. Die Zweckmeister da. Jetzt kommen sie auch von unten. Es steht nur noch ein Turm und genau da müssen sie jetzt hin. Hm. Hm, 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 hm. Was machen sie jetzt, ne? Wir sind ja noch 30 Sekunden außer Gefecht mit der Kollegin, ähm, der Tyrande, Tyrande, Tyrande. Die Frau. Da. Mit der Dame. Mit unserer Gefährtin. Die aus World of Warcraft ist. Gibt's doch nicht. Na, jetzt musst du... Oh, Limbo. ...zusehen, dass keiner der Zitadelle zu nahe kommt. Wir haben noch... Ich bin da. ...zwei Türme. Das... Ja. Ich mag kein Feldherr sein, aber das ist doch schön. Die anderen haben einen. Es ist grundsätzlich praktisch. Johanna möchte den Boss einnehmen. Geben wir doch mal hin, oder nicht? Geben wir doch gleich mal hin. Hm. Hm. Ob er das Ruder rumreißen kann? Unerscheinbar. Das sehen sie in der nächsten Folge. Schalten sie nächste Woche wieder ein, und das heißt... Was es auch immer heißt. Das ist irgendwas. Wir brauchen irgendeinen... Irgendeinen Spruch, irgendwas... Einprägsames. Jetzt dieses Spiel, der Gig ist verfolgt. Oh, 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 oh. Wir sterben nicht noch. Äh. Macht deine Scheiße rein. Hahaha. Das ist doch eine Heiler-Einstellung. Scheiße. Macht deine Kacke rein. Scheiße. So, jetzt aber fix. Ja, das war ja nie so gemeint. Genau. Der läuft jetzt genau über die Lane. Die muss automatisch laufen, wo jetzt noch der letzte Turm ist. Ja, das soll ich ja machen. Die muss er halt laufen. Das ist ja vom Spiel vorgeschrieben. Da fällt es. Ich weiß nicht, ob er... Der läuft nicht immer über den letzten Turm, aber... Äh, ja. Mein Gott. Ksch, ksch. Mach fort. Genau. Hilft mir mal einer. So ein Xing-Jung, was weiß ich. Hilft mir alle. Ach Gott. Jetzt greifen wir auch noch an. Ja, wir greifen sie aber auch an. Ach so, das ist... Ach, wir greifen sie. Das ist ja. Schön, schön. Oh, jetzt geht's an die Zitadelle. Bei denen ist die Kacke am Dampfen. Schön. Komm zu glauben, wir gewinnen. Aber es endet nichts daran. Mein Highlight-Gameplay war nicht so gut. Das Gefecht hat ziemlich mies angefangen, aber jetzt... Nein. Ganz schön sogar. Ich war in der Falle oben. Ich konnte nicht mehr raus. Hast du wahrscheinlich den glorreichen Sieg nicht mehr erleben, aber... Nö, das wollte ich nicht mehr erleben. Aber da kommen die 10%. Obwohl... Ich hatte schon eins. Da haben wir... Ah, der Gegner 10 gehabt. Und wir hatten 100. Wir haben trotzdem verloren. Ein guter Game, guter Game. Ja. War ein guter Game. Ja. Ja, war ganz gut, ne? Auseinanderschreiben. So, zu spät. Tja, Spiel vorbei. Wir können doch nichts mehr spielen. Nichts schreiben. Go, 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 go. So, ich hoffe tatsächlich, dass die Aufnahme jetzt gut gelungen ist. Ach ja. Ich weiß nicht aus, wie der Sound mal weg war oder so. So. Schauen wir noch mal ganz kurz die Statistik an. Ja. Ganz gut. Also, von den gehaltenen Punkten war ich gut. Aber die anderen, die waren ein bisschen besser. Dienerschaden. Ja, 30. Ganz ehrlich, da hätte er mir herbringen können, der Typ. Helden Schaden. Na ja, 12.000. Das ist für ein Heiler normal. Der Heiler hat nicht krassen Helden Schaden. Der hat ja nur 22.000. Entschuldigung. Nur 22.000. Der EP-Beitrag war jetzt auch nicht der schlechteste. Allerdings auch nicht der beste. Du warst doch gar nicht so verkehrt. Ja. Wie viel habe ich gehalten? 69.000. Das ist doch auch nicht schlecht. So. Wir machen Schluss für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht wieder mit ihm. Bis wahrscheinlich wieder mit ihm. Das freut doch sehr zu hören. Außer man will dich nicht mehr. Ja. Also, wir machen Schluss. Auf Wiedersehen. Tschüss.